Das Wort Netzwerk ist heute schon öfters gefallen und aus der eigenen Firmensicht gesprochen, würde ich das als definitiven USB mitgeben. Also man hat Menschen kennengelernt, mit denen man dann auch ein Stück des Wegs oder hoffentlich auch einen langen Weg gemeinsam geht. Also das ist das Schöne an dieser Mentor-Mentee-Funktion. Der Austausch, aber auch sich auf Augenhöhe mit jemandem begegnen, mit dem man sonst nicht die Möglichkeit des Austausches hätte. Und als dritten Punkt auch die inhaltlichen Aspekte, die das Programm mitgeliefert hat. Also diese Kombination aus Hands-on-Mentalität durch den Austausch mit der Mentor oder der Mentorin und dann dieses theoretische Wissen, das man in der Programmgestaltung mitgenommen hat. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020